Der Basketballer in meinem Herr-Anwalt-Spiel kann jetzt danken. Das sieht nicht nur komisch aus, sondern macht auch überhaupt keinen Schaden. Lame! Und auch sonst hat er irgendwie noch nicht genug Power. Darum habe ich erstmal einen kleinen Druckwelleneffekt gezeichnet, der das Dribbeln deutlich gefährlicher macht. Und für die Superattacke gibt es eine Schockwelle, sobald er den Ball dankt. Oh, wie süß! Okay, die ist viel zu klein. Also habe ich nochmal eine zweite, größere Welle erstellt. Wenn ihr euch von der treffen lasst, haut die richtig rein. Der Basketballer ist jetzt auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Miniboss. Fast schon zu heftig. Was meint ihr?